geht irgendwie nicht verstehe ich gerade wieder falsche Stil-Ach leckt mich doch alle tja können wir direkt mal wieder den nächsten Auftrag vergeben das ist wahrscheinlich nur zu schwer äh, Moskau war noch ein leichter mhm ach, der zweite hier, ja äh, dann schicke ich den Kollegen direkt mal da hin ja brav, so akzeptieren war das Ganze noch und das war dann eher so boah kann ich jetzt auf das komische Ding da wieder drauf gucken darf ich? nein, darf ich nicht, alles klar dann raus hier Stück Schokolade essen mhm wo willst du hin? ich nütze niemandem ohne meinen Forli ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien die Kinder? du bist jetzt der Anführer der Assassinen obergeil mhm es geht jetzt ab hier es geht jetzt ab hier mhm da wird ein Abschnitt beendet scheinbar und dann schauen wir mal ab hier mit unserem Banker ist oder wie der auch immer heißt so so ein Schmied wär gut jetzt mal echt so ohne Scheiß ein Schmied wär jetzt richtig gut jetzt mal echt, Junge, ein Schmied, ne? das wär halt schwarz, heiß und lecker mhm hoch sinnlos im Weltall jawohl oder Weltraum keine Ahnung egal so kaputt machen was sind das eigentlich für komische Diamanten oder was soll ich da darstellen? aha ach das das sind jetzt nicht echt die Truhen oder? das wäre echt hart wenn das die Truhen einfach sind das sind die Truhen natürlich einfach die dann zu finden also beziehungsweise nicht schwer hoch jawohl geht doch ich will immer gerne wieder mit Leonardo quatschen aber der will bestimmt nur, dass ich irgendwelche Maschinen von denen kaputt mache ich will auch was von denen kaufen ich bin weg ich bin weg Idiot wie geil war das denn jetzt? und noch eine Kiste äh das ist aber eher blau den Kittel den ich hier gerade anhabe nicht schwarz schade ja bin ich bin total bekloppt Junge ich würde sagen ich würde sagen dann bewegen wir uns jetzt erstmal Richtung 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 Erinnerungen jetzt schauen wir mal was passiert vielleicht finden wir so einen Schmied zwischendurch warum gibt es denn hier gerade so dramatische Musik? ja jawoll bei der Kirche herrlich hoch tja gut das war das Junge schön looten Wurfmesser Wurfmesser ok Schmied habe ich immer noch nicht gesehen könnte eventuell doof enden weil die Rüstung jetzt im Arsch ist aber wir gucken einfach mal runter runter ja ja spring ins Wasser ach herrlich ja wenigstens kommen wir hier direkt wieder raus hoffe ich mal jo wenn er immer auf Mooseingaben zur Seite reagieren würde diese typische träge Konsolensteuerung hoch will er nicht ah da hinten kommen wir raus da ist ein Taubenschlag könnten wir direkt auch nochmal eventuell ein paar Aufträge vergeben hmm ich halte den Scheiß ah jetzt geht er doch einmal alles klar mhm 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 mhmhm mhmm mhm mhm Nee, dat nicht. Jawoll und jawoll und level up und bam. Alles klar, Assassinenpimpen. Ausrüstung. Da kann man scheinbar nichts machen. Mehr Rüstung. Der Kollege kriegt aber nochmal ein bisschen mehr Rüstung. So, der andere ist noch auf Mission. Was haben wir hier? Das ist so ein ganz schwerer. Ich glaube, den schaffen die selbst zu zweit wahrscheinlich nicht. Nee, eher mies. Ähm, Paris. Paris. Och, guck mal, das war richtig herrlich. Richtig schön einfache Sachen. Kommt der Chatzlein mal hin und macht das. Und den macht hier unser anderer Kollege. Oh, das hätten wir dann. So guckt man ja ganz gut an Kohle. Bis auf ne Kamera. Halt die Fresse. Bla, bla, bla. Öffentliche Anprangerung. Bla, bla, bla. Mache ich das eben? Mache ich nicht, ne? Habe ich gerade keinen Bock drauf. Ah, da hinten sogar ein Schmied sehe ich gerade. Mäh, mäh. Papa muss zum Schmied. Den muss ich aber jetzt noch kaufen. Kann ich statt... Ja, kann ich, herrlich. Kaufen war. Ist gekauft, Junge. So, jetzt kann ich mich mal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Reparaturen haben wir. Machen wir mal. Zap. Rüstung repariert. Herrlich. Ist ja natürlich keine Kohle mehr wahrscheinlich, um jetzt wahrscheinlich jetzt neu freigeschaltete Rüstung zu kaufen. Natürlich nicht. Mhm, 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 mhm. Ach, dafür besuchen wir noch Kohle hier, für das Ding. Die Armschienen. Ja, das ist ja den hier. Das können wir sogar noch leisten. Ist ja herrlich. Ich bin mir jetzt aufs Übelste gepimpt. Das sind hier irgendwelche komischen Geschäftsaufträge scheinbar. Für die irgendwelche Sachen sammeln muss. Das Ding ist doof. Ich denke, das Erste ist ganz nett, aber da fehlt mir natürlich die Kohle gerade. Kleine Waffen. Nee, alles scheiße. Da benutze ich eh nicht hier das komische Dolchmoppet da. Oder was das ist. Armbruchsmunition. Was? Nein. Da. Ach, das braucht doch kein Mensch hier alles. Nein, das wollte ich doch gar nicht den Scheiß hier. Ich will nicht, nein, ich will nicht in dieses dämliche Netzwerk. Die klonen nur meine Daten und dann werden die ausgesnifft über Sony. Nein. Weg. Nein, ich möchte nicht. Geh weg. Ach, herrlich. So. Hallo Schneckchen, ich nehme mich mal direkt mit. Wofür auch immer. Wo wollte ich eigentlich gerade hin? Ich wollte. Ich. Wohin wollte ich denn? Zur Erinnerung, genau. Ich erinnere mich an die Erinnerung. Und da ist sie auch schon. Ach, hier hin. Mal wieder in den Puff. Dann nasch ich da direkt nochmal ein Stück Schokolade. Naum. Komm, wir sind jetzt rein. Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst dich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Bein. Bleib wachsam. Alles klar, Bankier umbringen. Ja, genau. La la la. Ach, noch ein Stück Schokolade. Schnell mit Psy-Kakao. Hm. Boah, Idiote. Ach, können wir direkt mal hier so einen Zettelstopp-Roller wegreißen. Hm, 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 hm. Äh. Weiter nach da. Hüpp. Jawoll. Hüpp. 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 m es geht hier schon wieder warum werde ich hier schon wieder von so komischen mongotypen verfolgt auftsch und hat jetzt aber tatsächlich verdammt noch mal richtig weh schmess uns direkt mal medizin ein und weiter hey schöne rücken getreten kann man so ein ding hier kaufen